Hier ist eine alte römische Inschrift in den Stein gehauen. Und hier ein kreisrundes Loch daneben. Ich denke mal, da hat mal eine Figur oder sowas drin gestanden. Das ist aus dem dritten Jahrhundert. Und hier hat diese Schrift. Und hier ist die Schrift. Das ist aus dem dritten Jahrhundert. Das ist aus dem dritten Jahrhundert.